Hallo allerseits. Ja, auf diesen Vortrag freue ich mich schon. Es geht um die Product Discovery Toolbox und die ist auch noch agile. Was will man mehr? Also, erst mal Hallo in die Runde. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe hier so ein Mikrofon. Rede ich jetzt zu laut oder zu leise gerade? Weil bei mir heilt es ein bisschen. Ist okay? Okay, super. Also, ich bin heute gekommen, um, wie Christoph schon gesagt hat, über die Toolbox zu reden. Es geht heute aber nicht nur um Methoden. Es geht auch um Product Discovery und Product Discovery Arbeitskultur. Einmal vorab die Hände hoch. Wer weiß denn schon ganz genau, was Product Discovery ist? Okay. Ja, dann ist gut, dass ich noch eine Einleitung eingeführt habe. Und dann können vielleicht auch die Leute, wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit, nur eine halbe Stunde, aber die Leute, die auch schon Product Discovery praktizieren und über die Problematiken wissen, können auch zwischendurch gerne mal kluge Kommentare machen und alle anderen auch gerne Fragen stellen. Genau. Das bin ich in einem Discovery-Projekt. Ich bin Inken und ich beschäftige mich seit über sieben oder ich glaube mittlerweile acht Jahren intensiv mit dem Thema Product Discovery. Und warum habe ich mir dieses Thema heute ausgesucht? Weil Product Discovery, also kreative und innovative Ideenentwicklung in der agilen Produktentwicklung nah am Nutzer, ist gar nicht so einfach. Also ich berate auch seit zwei Jahren mittlerweile Firmen, auch im internationalen Kontext und alle wollen gerne innovativer und schneller arbeiten und alle stellen aber immer wieder fest, dass es letztendlich an den gleichen Problemen hadert. Also man bekommt nicht von heute auf morgen ein innovatives Google aus der eigenen Firma auf die Beine gestellt. Das funktioniert einfach nicht. Also kreativer und agiler Team-Spirit entsteht einfach nicht auf Knopfdruck. Und eine Discovery-Toolbox, also ein passender Methodenkoffer, kann meiner Erfahrung nach oder unserer Erfahrung nach ein gutes Fundament für die erfolgreiche Discovery-Arbeit sein. Jetzt nochmal, was ist denn überhaupt Product Discovery? Product Discovery steht für die schnelle und innovative Ideen und Konzeptentwicklung in der agilen Produktentwicklung. Also in all den Firmen, wo mit Scrum und mit Sprints gearbeitet wird, das haben sicherlich die meisten von euch schon mal gehört, findet meistens parallel Discovery statt, in Form von Discovery-Sprints, wo Konzepte im Team mit vier Prototypen und User-Tests entwickelt werden. Das ist so ein Beispiel aus einem Discovery-Team-Setup. Da ist das Team dabei, einen Prototype-Flow zu definieren, also gemeinsam einen Nutzer-Test vorzubereiten, den sie dann auch gemeinsam durchführen werden. Das ist jetzt ein Prozessmodell, das ist der Dual-Track-Produktentwicklungsprozess. Das ist so, wie in den meisten agilen Firmen mittlerweile die Product Discovery und auch das Software-Development abläuft. Und zwar in zwei parallelen Tracks. Man hat einmal den Product-Execution-Track, also die Umsetzung in Sprints, und parallel dazu läuft die Discovery und die Konzeptentwicklung ab. Alles natürlich, das ist kein Wasserfallmodell, alles sehr verzahnt. Also die beiden Teams arbeiten eng zusammen, es finden ständig Übergaben statt. Das ist einfach die Weiterentwicklung dieses N-1-Modells, was es vor Jahren mal gab, dass man immer ein Design- und Konzeptsprint macht, bevor das Scrum-Team startet. Das war vor vier oder fünf Jahren mal modern. Das ist jetzt so die Weiterentwicklung, weil das so einfach nicht funktioniert hat. Ich habe selber mal in so einem Team gearbeitet, wo das so lief. Es klappt einfach nicht, ich kann es aus Erfahrung sagen. Genau, auch diese Sprints, finden mittlerweile die Design-Sprints, werden auch tatsächlich in Sprint-Iterationen abgewickelt, wo man am Montag damit startet, Hypothesen zu bilden, am Donnerstag dann einen Nutzer-Test hat und am Freitag dann gemeinsam im Team das Gelernte analysiert. Da gibt es auch gerade ein sehr gutes Buch darüber von James Knapp von Google Ventures. Also alle, die sich für das Thema Design-Sprints interessieren, sollten das auf jeden Fall lesen. Für diese Form der Zusammenarbeit gibt es auch wahnsinnig viele Methoden, also wirklich wahnsinnig viele, von Hypothesenbildung über Proto-Personas, über Story-Maps, Experimente, verschiedene Arten von User-Tests, Canvas-Modelle. Was diese Methoden alle gemeinsam haben, ist, dass man im agilen Team schnell an Übersichten sehr fokussiert arbeiten kann. Also es hängt viel an der Wand, man hat viel Papier, man arbeitet viel im Team zusammen und es ist sehr so, dass man wirklich diese ganze Komplexität, die dahinter steckt, dass jeder die auch gut begreifen kann. So, unsere Agenda für heute, das ist einmal, das hatte ich gerade schon kurz gesagt, die Product Discovery Praxis. Also das sind ja alles schöne und theoretische Modelle, die funktionieren in der Praxis aber meist nicht so einfach, wie es denn aussieht. Denn das gemeinsame Ziel, eine Product Discovery Arbeitskultur, also innovativ, kreativ, schnell, nah am Nutzer und mit Prototypen arbeiten. Und drittens ist denn das Fundament, das sind Auszüge aus einer Product Discovery Toolbox, die euch eben halt helfen könnten, wenn man das so aufsetzt, dieses Thema im Team besser zu verankern. Okay, das ist die wesentliche Herausforderung ist, dass Product Discovery eigentlich immer ein Wandel in der Arbeitskultur bedeutet. Also das ist letztendlich wie bei der Agileinführung gewesen, wenn man Scrum einführt, wenn das Management nicht mitspielt, wenn man immer noch in ganz vielen Stakeholder-Meetings rumhängt, wenn man wenig Zeit hat, sich mit den Entwicklern auszutauschen. Also sprich, wenn eigentlich die Firma sich nicht ändert und aber auf einmal gesagt wird, hey, ihr macht jetzt Scrum, funktioniert es nicht. Das Spiel, das wiederholt sich jetzt mit der innovativen Prototype-Discovery-Entwicklung nochmal. Also wenn sich nicht die Arbeitskultur dahinter ändert, dann knallt es. Drei Gründe gibt es, wieso es nicht so gut funktioniert. Also Grund eins, alte Strukturen bleiben bestehen. Das Produktteam bekommt nicht wirklich das Mandat, eigene Entscheidungen zu treffen und Sachen auszuprobieren. Also es ist immer noch meinetwegen der Chef oder der oberste Manager, der direkt Features einbrieft und auch erwartet, dass sie in drei Wochen umgesetzt werden. Also dieses Hypothesen-Basierte, wir probieren mal aus, liebes Team, ihr habt die Freiheit, das auszuprobieren, das findet gar nicht statt. Kennt das denn irgendjemand? Grund zwei ist die fehlende Zusammenarbeit. Das ist im Agilen auch immer wieder ein Thema und auch in der Product Discovery. Früher im Wasserfallmodell hat man die Sachen ja immer über die Mauer geworfen, sozusagen. Also man hat es ja so bildlich gesagt oder mal wegen ein Gyra-Ticket mittlerweile erstellt, ohne hier mit dem Entwickler zu reden. In der Product Discovery haben wir eigentlich das ähnliche Problem, dass die Entwickler, die Designer, die Analysten oder wer auch immer im Team ist, eigentlich nicht wirklich miteinander zusammenarbeiten oder sprechen. Je größer die Firma ist, desto komplizierter wird es, weil da auch viel Politik ins Spiel kommt oder letztendlich auch zu viele verschiedene Perspektiven. Also dass der Entwickler sich auch gar nicht auf eine UX-Arbeitsweise einlassen will oder der Produktmanager, sorry an alle Produktmanager im Raum, doch letztendlich immer einfach recht hat. Und Grund drei, das ist dann quasi eine Folge aus den beiden anderen Gründen, ist, dass die Arbeit meist allein am Schreibtisch stattfindet. In der Product Discovery geht es eigentlich darum, dass man viel gemeinsam arbeitet, gemeinsam Konzepte entwickelt und sich auch austauscht, mit Nutzern interagiert und rausgeht. Das findet dann meist nicht statt. Man ist so in seinen Zeitplan eingebunden, dass man nur noch am Schreibtisch sitzt und versucht, die Sachen einigermaßen abzuarbeiten. Dabei haben wir doch alle ein Ziel und zwar eine gemeinsame Product Discovery Arbeitskultur, die auch wichtig ist, damit die schnelle, ideengetriebene und iterative Product Discovery überhaupt funktionieren kann. Also das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, dass man nicht erwarten kann, dass ein Manager einem Team sagt, jetzt werdet mal ganz innovativ, ich erwarte morgen das nächste Google von euch, aber alles bleibt vom Alten. Also dass man das auch wirklich fördern und den Leuten auch wirklich Zeit geben muss, um das auszuprobieren. Also sowas funktioniert einfach nicht von heute auf morgen. Das kennt jeder, der jetzt meinetwegen auch ein bisschen kreativ arbeitet oder aus dem Design kommt oder illustriert oder schreibt. Also jeder kreative Prozess braucht immer Zeit und Reflexion, um gut zu werden. Das hier ist ein Arbeitsbeispiel für eine wichtige Arbeitsmethode, die auch in der Toolbox mitverantwortet ist. Das ist wirklich, dass man mit Hypothesen startet, bevor man in die Discovery geht. Also dass man das, was man eigentlich als Lösung formuliert hat, also ich möchte jetzt gerne Feature XYZ produzieren oder mache das, dass man das sozusagen in testbare Annahmestellungen oder Assumptions nennt man es auf Englisch, übersetzt, damit man auch wirklich die Gelegenheit hat, das noch zu hinterfragen und nicht einfach in diesen Produktions- und Abarbeitsmodus geht. Dann gibt es hier drei zentrale Product Discovery Erfolgsfaktoren. Da spielt die Toolbox dann auch mit eine Rolle. Also welche Rahmenbedingungen braucht man eigentlich, damit Product Discovery gut funktionieren kann? Das ist einmal ein Prozess, also das Team oder die Teams brauchen klare Vorgehensmodelle, Frameworks und Methoden, weil man sich zuletzt in Diskussionen über die richtige Vorgehensweise verliert. Das ist noch nicht besonders effizient. Zweitens muss das Team wirklich gestärkt werden, in dem Sinne, dass man die richtige Haltung im Team fördert, dass man auch guckt, dass man Arbeitsprofile hat, die zu den individuellen Stärken passen. Also dass quasi jedes Individuum in diesem Team, das sind ja immer feste Teams in der Discovery, auch seinen Eigenschaften und dem, was er am liebsten macht, irgendwie gegenüber eingesetzt wird. Und dass es aber auch klare Verantwortlichkeiten gibt und auch einen klaren Austausch. Also dass nicht drei Leute immer das Gleiche machen oder wenn drei Leute das Gleiche machen, dass das dem Team auch bewusst ist. Also es hat auch eine Menge mit Bewusstsein letztendlich zu tun und Klarheit. Und last but not least ist die Infrastruktur, also für kreative Arbeiten. Das kennt man ja auch aus dem Agenturumfeld. Da hieß es immer War Rooms, glaube ich. Genau. Braucht man auch in großen Konzernen entsprechende Räume, wo man kreativ arbeiten kann. In kleineren Startups gehört es mit dazu. Also Zing war am Anfang, glaube ich, haben sie auf Umzugskartons gesessen, die ersten Wochen. Das war natürlich auch sehr kreativ. Und braucht auch die entsprechenden Ressourcen. Also man braucht einen Designer, man braucht ein Testing Lab, man braucht einfach die Sachen, um inspirierend und gut arbeiten zu können. Das gibt drei Schritte zu den optimalen Discovery-Rahmenbedingungen oder um diese Discovery-Kultur auch zu fördern. Das ist denn erstens der Prozess, also klare Vorgehensmodelle, Frameworks und Methoden. Da habe ich in den letzten Jahren gute Erfahrungen mitgemacht, damit auch wirklich. Anzufangen, dass man wirklich sagt, okay, Toolbox-Methoden, das ist der Prozess, das ist dann zwar noch sehr theoretisch, aber es ist eine gute Grundlage oder ein Fundament für das Team, sich da dann nicht zu sehr drin zu verlieren. Weil ansonsten gibt es ja Methoden von Story-Mapping über Business Model Canvas bis ungefähr geführt 150 verschiedene Arten von User-Tests, die man machen kann, die dann auch noch mindestens 50 verschiedene Namen haben. Also da einfach ein bisschen Struktur und Klarheit reinzubringen, das hilft dem Team wirklich ungemein. Danach kommt dann das Thema Team-Design, Verantwortlichkeit, Haltung und Profile und zuletzt denn die Infrastruktur. Man kann es je nach Unternehmen natürlich auch anders machen. Man kann auch mit der Infrastruktur anfangen, wenn es einem leicht fällt. Das ist jetzt so der Flow, mit dem ich am besten Erfahrungen gemacht habe. Genau. Und dann kommen wir auch schon zu Toolbox. Habt ihr bis dahin irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Jetzt kommen wir zu Toolbox. Und zwar ist die Toolbox mehr ein Playbook. Weil das ist auch die letzten Jahre passiert. Ich glaube, wir haben bei Zing schon damals vor Jahren, Rainer Weiß ist sicherlich noch, mit so einem Methodenkoffer angefangen und haben dann festgestellt, dass es zwar schön ist, aber nicht benutzt wird. Also das war so, wir haben da eine Menge Arbeit reingesteckt und irgendwie hat es aber keiner verwendet. Und deswegen sind wir jetzt dazu übergegangen oder bin ich dazu übergegangen, eher in einem Playbook zu denken, aus der Fußball- oder Trainerstrategie auch inspiriert. Also dass man eher Aufstellung und Spielstrategien und Taktiken für das Team hat und wirklich in konkrete Aufgabenstellungen und Szenarien reingeht und nicht auf dieser rein, es gibt die und die Methodenebene bleibt, sondern dass man tatsächlich in Szenarien denkt, wie man das ja auch aus der User Experience Arbeit kennt. Deswegen hat ein gutes Playbook auch eine Struktur, die den Nutzer an die Hand nimmt und wirklich Schritt für Schritt durchführt. Beim Product Discovery Playbook haben wir jetzt einfach bekannte Aufgabenstellungen für das Team als Einstieg genutzt. Da hat mich mal eine Kundin draufgebracht, die ganz, ganz viele Produktteams hat und dann letztendlich gefragt hat, ob man das nicht mal so aufsplitten könnte, dass die Produktmanager eher nach ihren alltäglichen Szenarien gehen. Ich fand, das war eine sehr gute Inspiration. Das haben wir da jetzt auch mit reingebracht und die Wahl der richtigen Methoden oder der richtigen Vorgehensweise wird dadurch eben halt extrem erleichtert. Und das ist auch der Einstieg in das Discovery Playbook. Das sind vier Routen. Vier Routen, die eigentlich fast alle, die in der Produktentwicklung oder annähernd tätig sind, kennen müssten. Wir haben einmal die Route, das neue Produkt, also die Königsdisziplin, tatsächlich eine neue Produktentwicklung. Dann haben wir als zweites den Renange. Das dritte ist die Produkterweiterung. Also man hat ein bestehendes Produkt und will neue Erlösquellen oder neue Zielgruppen erschließen. Und das letzte ist die Produktoptimierung. Das ist die kontinuierliche Verbesserung von Features und Flows. Ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Genau, dann gehen wir gleich mal in die erste Route. Ich werde jetzt zumindest so ganz high level die vier einzelnen Routen mal mit euch durchgehen, damit ihr das vom Konzept her versteht. Letztendlich wäre es sowieso ein bisschen der Wunsch oder die Idee oder zumindest die Inspiration für diejenigen, in deren Kontext das passt, dass es schon gut ist, wenn man jetzt Produktmanager ist und ein Team hat zum Beispiel oder Produktverantwortlicher, dass man tatsächlich sowas gemeinsam mit seinem Team mal aufsetzt. Das kann, je nach Firma, wird sicherlich unterschiedlich aussehen und ihr werdet unterschiedliche Methoden haben. Aber ihr spart euch wirklich eine Menge Arbeit und eine Menge der UX-Manager, probiert mal 50 neue Methoden aus. Darum geht es ja letztendlich nicht. Ich habe auch mal ein Tischlerpraktikum gemacht. Als Tischler lernt man ja auch erst das Handwerkszeug und geht dann in die Arbeit. Und so ein bisschen von der Kultur kann man sich auch bei uns in der Produktentwicklung, glaube ich, wieder abgucken. Genau. Discovery Route 1, das neue Produkt. Das Team arbeitet im Startup-Modus an einer Produktinnovation. Und dann sieht eine Route so aus. Das gehen wir jetzt nicht im Detail durch, keine Angst. Das ist nur so wie so ein Template eigentlich. Dann hat man oben die Route, da sieht man einmal den Discovery Track, wo wir mit Timebox Research Sprints anfangen. Also relativ eng getaktet bestimmte User-Recherche Sprints machen mit dem Fokus, dass wir neue Nutzer, Möglichkeiten und Märkte erst mal kennenlernen. Das ist dann eben halt sehr exploderativ, sehr offen. Da kann man gut ethnografische Studien benutzen oder Innovationsinterviews. Danach geht man dann in Timebox Design Sprints über. Da findet dann auch das berühmte MVP oder die MVP-Kreation und die Validierung ein Einfluss. Und danach geht man in ein kontinuierliches Modell über, wo man wirklich dann den Fokus setzt. Okay, jetzt wollen wir das Customer Engagement ein bisschen hochtunen. Jetzt wollen wir am neuen Design feilen. Das ist euer Fokus für die nächsten Wochen. Das kann man sehr gut auch immer, bevor das Projekt losgeht, in so einer Art Discovery-Plan festhalten. Man kann dann gemeinsam mit dem Team auch schon Methodenplan aufstellen, der auch alle Methoden umfasst. Das ist in dem Fall dann der Business Model Canvas, also neues Geschäftsmodell, wo geht die Reise hin. Vision Personas, Hypothesen und ganz am Ende natürlich bei so einem Produkt der Beta-Test. Ja, schieß los. Wer muss denn eigentlich alle dabei sein, ich meine, bei diesen ganzen Phasen hier? Also, wer sind notwendig dabei, die Daten, ich meine? Ja, das ist ja so ein bisschen Discovery. Da arbeitet man ja eigentlich meistens mit einem Discovery-Team. Und das Discovery-Team nimmt immer diese klassischen Perspektiven ein. Also, das heißt, du hast einmal einen Produktmanager für die Business-Perspektive, du hast einen UX-Designer, UX-Manager für die User-Perspektive und das Prototyping. Und du hast natürlich den Entwickler, der ja dafür verantwortlich ist und sicherstellen muss, dass hier auch eine enge Verzahnung mit dem Austausch hier mit dem Entwicklungsteam stattfindet. Weil du ansonsten leicht Frontenbildung hast und das nicht funktioniert. Also, das ist dann so die drei Entwicklungsteam und so ein paar begleitende Rollen. Zum Beispiel ein Visual-Designer ist meistens ganz hilfreich oder ein spezieller User-Researcher, der für das Testing sich kümmert. Und wenn du das hast, dann reicht es eigentlich schon, würde ich sagen. Aber das ist ein ganz gutes Setup. Genau. Jede Route hat auch immer die entsprechenden Herausforderungen, der man sich vor dem Start des Projektes auch bewusst sein sollte. Also, bei Neuproduktentwicklung sind zu viele Möglichkeiten, zu viele Unklarheiten. Das entsprechende Mindset im Team, das eben halt etabliert werden sollte, ist die richtige Mischung aus explorativen Forschergeist und Pragmatismus. Man wird mindestens 50 verschiedene Ideen und Möglichkeiten haben, welches neue Produkt man jetzt in welcher Facette machen könnte. So, und das Team muss, wenn man tatsächlich auf so einem Innovationslevel arbeitet, sehr schnell iterieren und ausprobieren können. Viele User-Tests machen, viele Prototypen. Ganz schnell wieder wegschmeißen, also sich dann auch nicht zu sehr festhängen. Das ist einfach wichtig. Und wenn man der Produktmanager auf diesem Thema ist, oder der UX-Manager, oder meinetwegen auch der Lead-Engineer, dann ist das gut, wenn man alle anderen auch so ein bisschen dazu anhält, so zu denken. Genau, die zweite Route ist der Renange. Das ist dann das bestehende Produkt, was ins neue Licht gebracht wird. Hier hat man auch wieder so ein ähnliches Setup. Man hat die Research-Sprints mit Customer-Profiles, Design-Sprints und dann die Continuous-Design-Sprints am Ende. Man sieht hier, dass man da zum Beispiel kein Business-Model-Canvas braucht, weil man kein neues Geschäftsmodell unbedingt macht. Und man geht hier, denn am Ende hat man ein Gentle-Deployment-Plan. Das heißt, man muss tatsächlich gucken, wie man nachher das Release auch macht, dass man die bestehenden Kunden nicht verstreckt. Und ein Research-Panel-Test bietet sich auch an, weil man dann sehr intensiv mit den bestehenden Nutzern testen kann. Herausforderung im Team, spreche aus eigener Erfahrung auch, Umdenken, wenn man jahrelang auf dem Produkt arbeitet, dann sieht man manchmal den Wald vor Läuterbäumen nicht mehr, ist so. Und das muss dann auch dementsprechend im Team, muss das Mindset, dass man sich da auch öffnet und Neues zulässt, auch wirklich gefördert werden. Da gibt es dann auch wieder entsprechende Methoden zu, aber das hätte jetzt den Umfang dieses Vortrages gesprengt. Genau. Und jetzt noch ganz kurz, damit ihr einen Eindruck bekommt, einmal die Produkterweiterung, neue Erlösquellen, neue Zielgruppen. Hier seht ihr schon, das ist ja immer eine Iteration. Da werden die Iterationen schon kürzer. Also da bietet sich trotzdem so ein Research-Sprint an, um einfach ein Profil von den neuen Nutzern zu bekommen. Dann geht man direkt in die Time-Work-Design-Sprints. Die Execution startet schon viel früher und die Iterationen sind einfach kürzer. Also ihr werdet da nicht mehr drei oder fünf Design-Sprints brauchen, bis ihr was habt, was auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Und von den Methoden hier ändert sich das dann dadurch, dass man da zum Beispiel sagt, okay, eine Pattern-Library ist auch eine wichtige Methode, weil man einfach eine bestimmte Infrastruktur im bestehenden Produkt hat. Man muss das Rad dann nicht neu erfinden. Und wenn ihr die Module schon da habt, wenn ihr was Neues entwickelt, dann könnt ihr viel schneller agieren und arbeiten. Ich sage so oft das Wörtchen schnell, weil es da in der Discovery- und Konzeptentwicklung auch tatsächlich meistens um Schnelligkeit geht. Was ist denn ein funky Prototype? Ein funky Prototype ist ein detaillierterer Prototype, mit dem du auch die Usability testen kannst. Das wird dann so ein bisschen, aber... Genau. Die Herausforderung hier ist die Integration in das bestehende Produkt und dass man diesen neuen Produktbereich nicht mit dem alten kannibalisiert. Und das passende Mindset im Team, neue Möglichkeiten erobern und aber mit Blick auf das große Ganze umsetzen. Also man muss auch Fingerspitzengefühl im Umgang mit den anderen Teams haben. Ein ganz beliebtes Thema ist hier die Navigation. Man hat einen neuen Produktbereich oder irgendwas Neues fürs Produkt und die erste Diskussion, die es dann meistens gibt, wir müssen ja nach vorne, das ist ja neu. Ja, also das kann man schon, bevor man so ein Projekt startet, eigentlich schon im Methodenfahrplan oder recht frühzeitig mit antizipieren, dass man da einfach AB-Test macht und da auch tatsächlich eine solide Grundlage schafft. Und die letzte Route ist die einfache, die Produktoptimierung. Das ist tatsächlich, dass man hier oben die Routenübersicht hat, dass man einfach kontinuierliche Design-Sprints hat, bietet sich an, das nach Themen zu machen, also das immer thematisch aufzusetzen fürs Team, gibt es Team, kontinuierlicher Design-Sprint, jetzt habt ihr zwei Sprints Zeit, um XYZ zu machen und Methodenfahrplan, da hat man dann auch die Pattern-Library, aber ganz hinten, das ist da auch ganz wichtig, sonst funktioniert das mit der Optimierung und Performance nicht, das Thema Web-Analytics, also auch jeder Designer, der in so einem Team arbeitet, jeder Produktmanager, jeder Entwickler, muss einfach da dieses gesamte Instrumentarium von Analysedaten, die man da nutzen kann, immer parat haben. Problematik hier ist der Tunnelblick, also dass die Leute irgendwann, man macht nur noch ein Feature nach dem anderen und kommt da aus diesem Umsetzungsmodus gar nicht mehr raus. Und das passende Discovery-Mindset im Team ist eben halt enger Schulterschluss und Austausch und aber auch, dass man den Blick über den Tellerrand fördert. Also was dem Team hilft, sind Innovations-Sprints, dass man tatsächlich sagt, okay, ihr habt jetzt mal zwei Wochen Zeit, um aus all dem auszubrechen und mal einfach zu machen, was ihr wollt. Man geht auf Konferenzen, so wie hier, man macht Exkursionen, also dass man tatsächlich den Leuten hilft, sich da auch nicht zu sehr im Detail zu verfranzen. Genau. Also, es gibt ganz, ganz viele Gründe, weswegen jeder, der es gebrauchen könnte, das machen sollte, weil nur wenn man dem Team die entsprechenden Grundlagen schafft, um gut rumtragungslos arbeiten zu können, kann das funktionieren. Und ein eigenes Discovery-Playbook ist hier eben halt ein super Fundament und für jeden, der letztendlich eine Produktverantwortung hat oder Produktmanager ist. Also es geht ja nicht mehr so darum, im Command- und Kontrollmodell den Leuten die Richtung vorzugeben und genau zu sagen, was alle zu tun hat. Es geht ja wirklich darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Leute auch gut arbeiten können. Also das ist ein bisschen im Endeffekt auch ein neues Management-Modell, was dahinter steckt und deswegen auch eine andere Arbeitskultur. Aber deswegen ist ein Playbook für jeden, der in der Rolle ist, ein guter erster Schritt, um dem Team das auch möglichst einfach zu machen. Genau. Auf eine gute Product Discovery, Arbeitskultur und die erfolgreichen Teams, die dann hoffentlich dahinter stecken. Habt ihr jetzt noch Fragen? Zwei Minuten vorher. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet. Du hast ganz am Anfang das neue Buch genannt. Die Saison drin ist von James Knapp, meine ich, heißt er. Jake Knapp oder James? Ich vergesse das immer. Jake. Okay. Das war ganz toll. Das waren so viele Gasten, die mit dem Thema Design und Research angefangen haben. Ich bin natürlich sehr stark aus dem Start-up-Kontext und das kann man zu dem Thema auf jeden Fall sehr gut lesen. Es gibt noch ein, zwei andere Bücher zu dem Thema, neue. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Das ist schon ganz schön. Wie kommt denn diese ganze Methode Kompetenz am besten ins Team? Es waren ja viele Methoden gerade und wie schafft man das denn am besten? Also wir machen eigentlich meistens letztendlich viele Schulungen. Oder auch, was auch hilft, dass man einfach so, die Engländer nennen das ja immer Blueprints, also so Arbeitsvorlagen schafft, wie die Leute gut damit arbeiten können. Also die auch tatsächlich einfach denn zu verstehen sind. So sehr strukturiert, Schritt eins, zwei, drei, wo dann durch das Design schon klar wird, was eigentlich zu tun ist. Das hilft auf jeden Fall. Wenn du von Design Sprints sprichst, dann meinst du aber, also Konzeption, Design, genau. Du meinst aber auch, okay, die Medien-Schutzersatzung sind von Rosen-Typing, aber noch nicht quasi Konzept durchproduziert, weil jemand in die Execution-Gabe rein geht? Genau, soll ich das nochmal kurz aufmachen? Warte mal. Genau, das ist ja so ein Design Sprint. Ja, warte, geht los. Also das ist tatsächlich, wenn du jetzt an diesem Konzeptions-Kontext drin denkst, ist es tatsächlich ein Konzeptions- und Design- und User-Testing-Modell. Also letztendlich all die Arbeit, die dann parallel zu den Umsetzungssprints immer verteilt lief, wird jetzt versucht, in so einer Woche zu bündeln oder eben halt auch in zwei- oder drei-Wochen-Modellen. Also damit man dem eben halt auch ein bisschen eine Struktur gibt, weil ansonsten du wirklich oft das Problem hast, dass die Scrum-Teams oder Scrum-Bahn oder wie auch immer nach welchem agilen Software-Entwicklungsmodus, die arbeiten, die sind sehr durchgetaktet, die haben immer ihre festen Meetings, da ist ganz klar, wann irgendwie was kommt und was passiert. Und dann kommt UX und Produktmanagement und jeder Produktmanager in der Firma macht es vielleicht anders, jeder UXler macht es anders und dann ist einfach in diesem gesamten Konzeptions-Ideen-Flow so ein Chaos drin. Also ist einfach so, dass denn dieses Design-Sprint-Modell jetzt gerade ganz beliebt ist, um da so ein bisschen Struktur und Rhythmus letztendlich reinzubringen, damit du wirklich eine einheitliche Taktung im Unternehmen hinkriegst. Funktioniert ganz gut. Ich glaube, wenn man das länger macht, irgendwann kann man es dann wahrscheinlich ähnlich wie bei Scrum auch vernachlässigen. Also dann macht das Team seine eigenen Regeln und seinen eigenen Rhythmus. Aber gerade, um da reinzukommen und das so ein bisschen zu kapseln, ist das wirklich optimal. Genau. Und dann gibt es eben halt immer diese, also das wäre ja dann quasi ein Design-Sprint und nach dem Design-Sprint, zumindest im theoretischen Modell, findet am Ende ja immer ein User-Test statt und nach dem User-Test oder nach zwei oder drei User-Test muss eben halt eine Entscheidung getroffen werden, ob das jetzt umgesetzt werden soll oder nicht. Was nicht bedeutet, dass in der Covery auch ein Team verbreitet, also RCL-B-Strands? Also im idealen Setup sind die mit dabei, weil die auch einfach immer so andere Ideen und Perspektiven mit haben. Also das ist das belebte Team ja ungemein, wenn du da jemanden hast mit so ein bisschen so einem technologischen Know-how, der dann vielleicht auch so manchmal so ein bisschen zukunftsweisenderen Blick hat und die Sachen vielleicht ein bisschen kritischer sieht. Also das ist schon toll. Also eigentlich ist im Discovery-Team ein Entwickler mit dabei. Oder für den Superhelfer, dann ist es ein Prototyp. Genau, für so ein Datenprototyp. Also das ist schon, also deswegen so dieses, du hast wirklich die verschiedenen Rollen, die eigentlich immer so getrennt arbeiten, die arbeiten alle zusammen, es gibt einen Austausch, du hast diese Sprint-Taktung, es ist eben halt insgesamt sehr agil und sehr schnell. Also das kann schon so einen ganz tollen Flow im Team ergeben, so eine ganz tolle Atmosphäre, wenn man denn nicht parallel noch in 50 Stakeholder-Meetings immer abhängen muss oder doch immer sich hauptsächlich damit beschäftigt, Management-Präsentationen zu schrubben. Also hat eben halt auch ein bisschen was mit Freiheit zu tun. Ja. Wie viel User-Test ist nach eurer Erfahrung nur um den Urteil zu betrachten? Das hängt ein bisschen von der Größe des Projekt-Apps. Also letztendlich, wenn du ein Neuprodukt hast, wirst du immer mehr Test-Iterationen brauchen, als wenn du jetzt kleinere Sachen machst. Ganz einfach, es geht ja letztendlich auch um Risikominimierung. Also keiner will ewig viel Zeit an irgendwas investieren, wo man nachher feststellt, dass man sechs Monate lang an der Start-Up-Idee gearbeitet hat und es war total für die Tonne, weil es dann keiner benutzt hat und man hat es keinem gezeigt. Also es geht ja auch viel um Risikominimierung und je höher das Risiko ist, desto mehr Nutzer-Tests sollte man eigentlich machen. Wobei man sich natürlich auch, also Nutzer-Tests sind nicht das Entscheidungskriterium. Also selbst wenn Nutzer jetzt sagen würden, wir wollen das so nicht machen, könnte das Team trotzdem zusammen die Entscheidung treffen, dass sie es umsetzen wollen. So, es geht einfach um so ein bisschen Bewusstsein. Du wolltest auch noch was sagen. Wie dokumentiert ihr die Ergebnisse oder welche Rolle spielt überhaupt die Dokumentation der Zwischenabgabe in den Playbook? Tatsächlich nicht so viel. Ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen so ein Schwachpunkt, weil dafür einfach gar nicht die Zeit bleibt. Es wird ja unglaublich viel mit Papier und Post-its gearbeitet. Und es findet eigentlich in der Realität, um mal ehrlich zu sein, selten jemand die Zeit, das dann alles noch irgendwie im Detail nachzupflegen. Wir machen tatsächlich viele Fotos. So, wenn du gute Fotos machst, dann kannst du das immer noch nachvollziehen. Das funktioniert ganz hervorragend. Wenn denn jemand Zeit hat und es ein wichtiges Thema ist, dann kann man Kernergebnisse auch dokumentieren. Sollte man auch machen. Ich versuche mich da auch immer zu anzuhalten, das mehr zu machen. Aber Christoph sieht so aus, als wenn er was sagen möchte. Ich versuche mich da auch dafür sorgen, dass wir ein bisschen die Form einhalten. Eine Sache juckt mich allerdings tatsächlich. Also das eine ist die Bemerkung, ich verfolge ja diesen Bereich mit Interesse, weil ich so ein Online-Steinzeiten-Mensch bin. Ich bist du? Okay. Ich habe ja 2019 angefangen mit Multimedia-Mahnen. Was ich faszinierend finde, ist, dass trotz der ganzen Methodik und Strukturiertheit, ich mich wirklich faszinierend finde, und auch dein Vortrag, wo kein Wort überflüssig war, hat mir sehr informiert. Aber irgendwie geht es dann doch um Dinge, die vor gefühlt 25 Jahren schon ein Thema waren. Nämlich Visualität, haptisches, Teamarbeit, Spontanalität, Interdisziplinarität, dass sozusagen verschiedene Wellen kommt das immer wieder, aber gleichzeitig professioneller. Was mich stutzig macht, wenn die kritische Frage mal erlaubt ist. Ja, schieß los. Offenbarlich hat es immer mehr Tools gegeben und wir reden auch von Prozessen und wir reden auch davon, dass wir verschiedene Fälle haben, in denen wir verschiedene Prozesse und Tools anbinden. Also hier steigt die Komplexität und steigt und steigt. Gleichzeitig ist das aber auch für mich so ein bisschen immer unter dem Nicht- und Verhalten. Weil wir nehmen immer Werkzeuge und Methoden und Prozesse und wie viele Produkte wurden unter der Dusche ausgedacht und was entstand durch Zufall, durch Zusammenprall von zeitlicher Parallelität, von Dekonstruktionen sozusagen. Da mal eine etwas philosophische Frage, weil du das so wunderbar strukturiert hast. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die besten Ideen einem unter der Dusche kommen. Nee, nicht unbedingt unter der Dusche. Bei mir auch gerne, wenn ich spazieren gehe. Also ist einfach so. Letztendlich sind diese Strukturen, und ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, Christoph. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Und interessanterweise, ich war eigentlich auch immer so ein bisschen so ein kleiner Methodenfeind. Ich fand es immer ganz, 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 ganz schrecklich und fürchterlich theoretisch und habe immer gesagt, hey, wir fahren doch einfach alle an zu arbeiten als Team und dann wird alles gut und wir machen Prototypen und musst du zu deiner Telefonkonferenz? Nein, die ist vorbei seit 16 Uhr. Okay, gut, gut. Und wir machen jetzt einfach drauf los und dann habe ich tatsächlich die letzten Jahre festgestellt, ich bin noch kein Online-Urgestein, aber mache das auch schon ein bisschen, dass das so auch einfach in Firmen und Unternehmen und Teams nicht funktioniert und das ist Leuten und das ist auch tatsächlich stark inspiriert von diesem, wie Scrum mal eingeführt wurde, so dass ich schon mittlerweile glaube, dass speziell, wenn du so auch kreative und so ein bisschen fuzzy Sachen im Unternehmen zu laufen kriegen willst, wo ja alles sehr effizienzgetrieben ist, so es geht um Takt um. Jeder Produktmanager hat seine Features zu bringen, jeder hat zu funktionieren, für Innovation ist eigentlich meistens nicht so viel Zeit, obwohl sie gewünscht ist, so dass so Strukturen schon als Starthilfe gut sein können, um Unternehmen das quasi beizubringen, wie es eigentlich, also was eigentlich wichtig ist. Ich sehe es ein bisschen als Starthilfe. Und dann hilft es auch tatsächlich, wenn man in so einem Team ist und man nicht wegen Entwickler ist und dann ist da noch ein Business-Mensch und dann ist da ein Designer und jeder spricht ein bisschen eine andere Sprache, dass man irgendwie so ein Grundgerüst hat, wo man vorher schon mal drüber spricht, was man jetzt macht. Also ich war ja selber auch schon mal im Startup-Projekt drin, da geht man dann so ein bisschen, hey, wir machen jetzt mal und High-Level-Vision und wir retten jetzt die Welt, so wie das denn nun mal so ist, irgendwie. Und dann merkt man auf dem Weg... Passieren, ne? Kann passieren. Kann passieren. Ja, und dann merkt man einfach auf dem Weg, dass es auch eine Menge Energie zehrt, wenn man über so eine Sachen vorher nicht redet. Ich würde es aber auch nicht zu doll strukturieren. Okay. Vielen Dank, Inke, das war ein toller Vortrag. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus